You and I till the end, don't need to pretend, again and again, we'll stick together, everything is alright, with you by my side, we won't say goodbye, we'll stick together. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Star Stablecraft und mit unserer ersten weiteren kleinen Mini-Geschichten-Folge und zwar diesmal Morland Mysteries mit der Kaddi und mit mir und in der letzten Geschichte hat Dina es geschafft ihr Pferd wieder zurück zu verwandeln, doch es bleiben immer noch viele Fragen offen, wer war der Täter deswegen und steckt noch etwas viel größeres Bösart. dahinter und das muss sie jetzt aufklären. Wie jeden Morgen geht Dina mit einem fröhlichen Lächeln trotz der ganzen Mietrigkeiten auf den Lippen aus ihrer Mietwohnung und streckt sich erstmal und da sie in letzter Zeit es ein bisschen hat schleifen lassen, denkt sie, wie wär's denn mal mit ein bisschen Morgensport? Sie schnappt sich ihr treues Boot Elfriede und macht sich an den Morlandstrand. So, ab zum Strand, ein bisschen rudern kann definitiv nicht schaden. Da Dina sehr wabbelige Arme hat, selbst für ein Mädchen, dachte sie, rudern wäre genau das Richtige, um ein bisschen mehr Kraft zu bekommen. Denn, oh, verdammt, da steht ein Creeper, dachte sie sich und ging lieber schnell vorbei. Denn die Morland-Creeper waren sehr gefährlich, selbst für Leute in pink leuchtenden Starcoins-Rüstungen. Au, dachte sich Dina, als sie an den Rand der Pole-Bending-Strecke geriet. Und, doch das konnte sie nicht aufhalten, denn wozu hatte sie sonst ihre Ausrüstung, die mehrere tausend Starcoins gekostet hatte? Nach einer feuchtfröhlichen Runde dachte sie sich, hmm, die perfekte Strecke wäre doch quasi zur Kuhinsel zu rudern, um zu gucken, wie es denn doch zu den alteingesessenen Morlandkühen geht. Wo ging's denn nochmal zur Kuhinsel? Nach einer kurzen Strecke schon, kam sie direkt an, etwas außer Atem, gönnte sie sich eine Pause, um ein bisschen frische Milch aus der Morlandkuh zu zapfen. Jetzt ein bisschen Milch, das ist ja genau das Richtige. Die perfekte Mischung war, äh, 0,5 Liter, Rosi, 0,5 Liter, ähm, Bertha. Hier, von Bertha habe ich jetzt schon was, jetzt muss Rosi noch herhalten. Des Weiteren, möchte sie das Ganze mit ein bisschen salziger Meeresbrühe und schon kam der perfekte Energietrunk heraus. Isotonisch und absolut vegan. So, das sollte jetzt reichen, damit ich frisch gesteckt wieder zurück kann. Dachte sie sich zumindest, denn vegan war dies wirklich nicht. Aber egal, sie ruderte zurück und mit einem feuchtfröhlichen Lid auf den Lippen, reckte sie sich der Sonne entgegen und der Tag war quasi schon ein wunderschöner für diese, für diese Lina. Ah, eine Bootsfahrt, die ist lustig, eine Bootsfahrt, die ist schön, lalalalalalalalalalalala. Ja, Rückzug geht es auf jeden Fall schon deutlich schneller. Entweder bin ich stärker geworden oder es ist die Strömung. Doch der Alltag für Dina war nicht nur Spaß, denn als sie im Moorland zurück ankam, dachte sie sich, wie schaffe ich das jetzt nur, wie finde ich heraus? Was mit meinem Pferd passiert ist, wer war der böse Übeltäter? Ich brauche eindeutig Hilfe. Wie könnte ich denn jetzt im Nachhinein noch herausfinden, wer dafür verantwortlich gewesen ist, dass sich Morningstar verwandelt hat? Das darf nicht nochmal vorkommen. In Richtung Dorf fragte sie sofort den Ersten, den sie sah. Hallo Ten, sag mal, du hast es doch jetzt bestimmt mitbekommen, dass Morningstar ein Alarma verwandelt wurde. Hast du irgendeine verdächtige Person hier gesehen oder zumindest eine Idee, wer was dazu wissen könnte? Hm, das ist eine gute Frage. Aber ich bin da leider nicht wirklich qualifiziert zu. Aber ich habe gehört, dass in einem der benachbarten Bungalows von dir der Top-Ermittler von CSI, ähm, Frau Pinta, eingezogen ist. Vielleicht fragst du am besten da mal nach. Dann höre ich da einfach mal nach. Danke dir, Ten. So. Motiviert ging Dina zu den Bungalows und dachte säßig, wieso habe ich das denn gar nicht bemerkt? Das war doch direkt neben mir. Sehr, sehr merkwürdig. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass jemand bei mir eingezogen ist. Hallo? Herein? Ah, sind Sie der Detektiv, der neu eingezogen ist? Ja, guten Tag, der Detektiv Bob Klugmann mein Name. Was kann ich für Sie tun? Mein Pferd wurde letztens in ein Alarma verwandelt. Und damit das nicht nochmal passiert, wüsste ich gerne, woran das gelegen hat. Hm, ja, das habe ich schon gehört. Das ist eine sehr schwerwiegende Anschuldigung hier. Da müssen wir auf jeden Fall mal nachprüfen. Wir müssen die Spuren untersuchen. Am besten treffen Sie mich heute Nacht hier nochmal an derselben Stelle. Bis dahin habe ich vielleicht schon ein paar genauere Informationen für Sie. Rüsten Sie sich am besten mit einer Fackel aus, damit wir das Ganze dann besser begutachten können. Dann schaue ich heute Abend nochmal vorbei. Dankeschön. Dina ging zurück in ihren Bungalow, denn es war langsam auch schon Zeit für Morlands Next Topmodel, die Sendung, die Dina am liebsten schaute. So setzte sie sich an ihren treuen Fernsehapparat und bemerkte gar nicht, dass einige Schreie aus dem Nachbarzimmer durch den Tag halten. Mal schauen, was diese Woche passiert, nachdem Greta sich letzte Woche so über Julias neue Jacke aufgeregt hat. Hallo? Was ist denn das nebenan? Kann man nicht mal in Ruhe Fernsehen gucken. Gut, Spuren? Zwar wurde gerade gesagt, dass Dina es nicht bemerkte, aber dennoch war Dina so aufmerksam, dass sie es dennoch bemerkte. Und mit einem Schwupps war es auch schon Nacht. Und Dina bemerkte, dass der Detektiv nicht mehr da war. Etwas war anders. Sie fand Blut auf dem Boden. Das war nicht normal. Wenn der Detektiv, wenn ich sollte ihn doch heute Abend treffen, und diese Blutspuren, sollte er entführt worden sein? Dina schaute sich im Dorf um. Es war ruhig wie immer. Wo konnte der Detektiv nur hingegangen sein? Sie überprüfte den Ort nach Spuren. Immer wieder fand sie vereinzelnd kleinere Blutstropfen, die wie einen Weg zu malen in Richtung des Stalls zeigten. Wenn ich den Blutspuren folge, dann müsste ich ja irgendwas finden. Mal hier die Leiter rauf. Die Blutspuren zeigten weiter nach oben. Totenstille halte durch die Nacht. Und eine gruselige Atmosphäre deutete in Richtung des Dachbodens. Was war hier nur passiert? Es sind auch noch Spuren hier hinten. Da fand sie ihn. Den blutüberströmten Körper des Detektivs. Seine Arme weit voneinander gespreizt und völlig voller Blut. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Eine gruselige und traurige Stimmung war, dass niemand musste lachen. Das war wirklich ein schreckliches Bild. Gerade noch hatte sie so viel Hoffnung in ihn gesetzt. Und dann fand sie seine Leiche hier. Was war nur passiert? Nun galt es noch ein weiteres Mysterium aufzuklären. Und sie war kein Stückchen weiter, was mit ihrem treuen Ross passiert war. Hatte der böse Täter auch den armen Detektiv umgebracht? Doch das erfahren wir erst beim nächsten Mal.